Verena Kessler hat uns mit ihrem Debüt Die Gespenster von DEMIN nachhaltig beeindruckt. Ralf Schweigert, Juror und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur, hat mit der Autorin gesprochen. Liebe Verena Kessler, herzlichen Glückwunsch im Namen der gesamten Jury für das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium 2021 für ihren Debütroman Die Gespenster von DEMIN. Warum uns das Buch so überzeugen konnte? Weil es ganz viel in eine Geschichte packt und doch ganz eng und hautnah an zwei Personen bleibt, die in einer ganz besonderen Lebenssituation stecken. Es geht um Larry, die eigentlich Larissa heißt und möglichst schnell erwachsen, aus der Provinz entfliehen und unbedingt Kriegsreporterin werden will. Und es geht um die alte Frau Dohlberg von nebenan, die ihr Haus räumt und mit dem Haus das ganze Leben. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen, die den Massensuizid in DEMIN überlebt hat am Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Wechsel zwischen den Perspektiven beginnt eine zweigeteilte Spurensuche, die zu brillanten Engführungen zwischen den Generationen, zwischen jüngster Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird. Es ist ein Ende, aber es ist auch ein Anfang. Vor allem aber ist es ein überzeugendes literarisches Debüt und deshalb zu Recht träger dieses Stipendiums. Ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Wege und auf diese Weise die Möglichkeit haben, ein bisschen über ihr Buch zu sprechen und etwas mehr darüber zu erfahren, was sie dazu bewogen hat, diese Geschichte so zu erzählen. Denn die erste ist natürlich nach dem Handlungsort nach DEMIN und der Geschichte, die ich schon kurz erwähnt habe. Das ist ein sehr trauriges Ereignis gewesen, das noch immer in den Köpfen der Menschen vor Ort spukt wie ein Gespenst und das sie jetzt in einen literarischen Roman mit aufgenommen haben. Was hat sie an diesem besonderen Ereignis so, ja kann man das sagen, fasziniert? Was hat sie da so berührt? Ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, dass es immer noch in den Köpfen der Menschen rumspukt. Also als ich das erste Mal davon erfahren habe, das war gerade zu der Zeit, wo Russland die Krim annektiert hat und ich war eben bei Verwandten zu Besuch in DEMIN und die haben davon erzählt und zwar in diesem Zusammenhang, weil sie gesagt haben, die Leute, die hier wohnen, denen ist es nicht ganz wohl bei dieser ganzen Sache mit Russland. Das ist immer so ein schwieriges Thema und da habe ich ja gefragt, wieso gerade hier? Und da kam das irgendwie so zur Sprache. Und das fand ich zum einen interessant, dass das da immer noch eine Rolle spielt, eben bei den Menschen, die das miterlebt haben. Und dann habe ich mich aber auch gleich gefragt, wie ist es denn eigentlich, wenn man da jetzt jung ist, wenn man es eben nicht miterlebt hat, wenn man aber merkt, dass es immer noch Menschen um einen herum gibt, die das total bewegt. Und damit wollte ich mich dann beschäftigen. Sie haben das Ganze ja aus der Perspektive von zwei unterschiedlichen Frauen, auch von zwei Frauen in ganz unterschiedlichem Alter erzählt. Eine junge Frau, die dort dort weg will, die ihr Leben, die ihren Platz in ihrem Leben sucht, die ja durchaus auch eine schwierige Geschichte mit sich trägt. Und Frau Dolberg, die vor dem Wechsel jetzt im Altersheim steht. Waren diese beiden Personen so am Anfang so nebeneinander diese zwei Frauenfiguren, an denen sie ihre Geschichte dann entwickelt haben? Nee, es war eher so, dass ich Larry schon ganz zu Beginn hatte. Also mit ihr hat das eigentlich dann angefangen, dass ich gedacht habe, jetzt schreibe ich auch mal über dieses Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftigt hatte. Und die hat eigentlich auch, also diese Figur Larry hat jede Entwicklungsstufe des Romans mitgemacht und überstanden. Und es gab am Anfang, also ich dachte immer, ich brauche eine Gegenfigur, die älter ist, die das miterlebt hat und die Geschichte darüber erzählt. Und am Anfang war das Larrys Uroma, dann waren das ganz viele verschiedene Stimmen, die man gar nicht zuordnen konnte, die immer so zwischendurch eingewebt waren. Und das ist immer alles wieder rausgeflogen, weil ich gedacht habe, es stimmt noch nicht so ganz. Und dann irgendwann ist es dann die alte Nachbarin geworden. Und da hatte ich dann das Gefühl, so fügt es sich ganz gut zusammen. Jetzt geht es ja in beiden Biografien, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, auch um das Thema Tod in unterschiedlicher Art und Weise. Wie erzählt man darüber? Das ist ja doch ein extrem schwieriges und schweres Thema, gerade für so einen Roman, wie Sie ihn jetzt erzählt haben. Wie packt man das auch in Sprache? Also die Figuren gehen ja wirklich ganz unterschiedlich damit um. Larry ist an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben und dann wechselt sie in einer ganz anderen Zeit auf und ist eben jung. Und sie sucht eher so die Konfrontation mit dem Thema. Also sie begibt sich ja ständig in Situationen, wo sie irgendwie so an die Grenzen des Todes kommt. Oder also zum Beispiel ist ja ihr Nebenjob auch, dass sie auf dem Friedhof arbeitet. Also sie sucht den Tod immer so und ist da auch ganz körperlich, macht ständig irgendwelche Übungen, wo sie was aushalten muss, weil sie denkt, sie muss sich da irgendwie drauf vorbereiten. Und Frau Dolberg ist da eben ganz anders. Sie hat selber den Tod schon mal gesehen im Prinzip. Also sie war eben damals jung, als der Krieg endete und es diesen Massenselbstmord dort gab und sie selber in einer Situation war, wo sie fast gestorben war. Und sie geht eigentlich eher über die Verdrängung mit dem Tod um. Und das klappt eben bis kurz vor ihr Lebensende. Und ich fand aber, ja, ich wollte über Tod schreiben und über dieses Thema, aber ich wollte auch nicht, dass das zu schwer wird. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz schön, mit diesen zwei Figuren zu arbeiten, weil Larry einfach da frischer ist, weil sie auch mal lustig ist, weil sie irgendwie naiver da drauf schauen kann. Und die Schwere ist dann ein bisschen bei Frau Dolberg geblieben. Ja, jetzt nehmen Sie mir eigentlich die nächste Frage schon weg, weil ich wollte das genau in der Richtung nochmal abklopfen, dass es einerseits ja eine todtraurige Geschichte ist auf der anderen Seite, aber über Larry auch so eine Komik, so eine Groteske in die Geschichte reinkommt. Und darf ja auch nicht vergessen, sie selber ist ja auch auf dem Friedhof und hilft dort der Verwalterin dort auf dem Friedhof. Also diese Konfrontation mit dem Thema ist ja doch immer da, aber sie ist sprachlich und auch in der Geschichte selber so nicht da. Ist das was, was Ihnen beim Lesen dann auch, beim Schreiben auch wichtig war, dass man diese Schwere nicht permanent hat und Sie das auch dem Leser gar nicht so zumuten wollten? Ja, ich glaube schon. Also ich habe mich aber auch gefragt, was würde ich jetzt selber gerne zu dem Thema lesen und habe da so meine eigene Dosis gefunden, so wie ich es wahrscheinlich selber gut finden würde. Und ich finde jetzt auch nicht, dass man da ständig nur auf Lappsicht drüber sprechen muss, aber ich finde, das geht schon auch und es gibt da halt verschiedene Wege, weil Menschen da einfach unterschiedlich sind. Und ja, dadurch habe ich gedacht, mit zwei Figuren, die da sehr unterschiedlich mit umgehen, kann man das vielleicht gut machen. Und ist Larry so ein typischer Fall von Aufwachsen heute? Also man würde ja fast sagen, sie kommt so ein bisschen aus prekäreren Verhältnissen. So viel Geld ist da nicht da, es zieht der neue Freund der Mutter ein, der Vater ist LKW-Fahrer in ganz Europa unterwegs. Ist das so ein typisches Muster oder hat sich das in der Figur so ergeben, dass sie so ist? Ich glaube, von beidem ein bisschen was. Also ich glaube, sie hat schon ganz typische Probleme, die man so beim Aufwachsen hat, dass sie sich zum Beispiel mit ihrer Mutter nicht so gut versteht oder sich mit ihr reibt. Im Grunde ist sie auch ein typisches Scheidungskind, das irgendwie sich mit dem Elternteil, bei dem es lebt, ständig zofft und das Elternteil, das sie nicht so oft sieht, idealisiert. Und ja, also die Stadt, in der sie aufwächst, die spielt natürlich auch eine Rolle, weil die eben nicht so viele Perspektiven bietet und sie dadurch immer dieses Ziel hat, woanders hin zu wollen. Aber ich glaube, auch das ist vielleicht auch insgesamt typisch fürs Aufwachsen. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen und ich wollte auch weg. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt immer, ob das so ein Kleinstadtphänomen ist. Ja, und eine letzte Frage habe ich noch. Der Roman bekommt oder hat auch jetzt schon in der Kritik das ein oder andere Etikett abbekommen von Coming-of-Age-Roman, Adoleszenz-Roman, Familienroman. Ist das, ist so eine Etikettierung für Sie eher störend oder hilfreich? Oder wie bewerten Sie das selber, wenn Sie das jetzt in den Rezensionen, in den Kritiken releasen? Also beim Schreiben habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht und war auch, als das erste Mal irgendwer zu einem Entwurf gesagt hat, das sei jetzt ja ein Coming-of-Age-Roman, habe ich mich irgendwie bewundert und dachte, ach so, das wollte ich doch gar nicht. Aber ich finde das auch nicht schlimm und ich finde es auch, also ist ein Jugendroman zu nennen oder ein Buch, was Jugendliche auch gerne lesen. Das finde ich toll, weil Jugendliche, glaube ich, auch sehr kritische Leser sind, gerade wenn auch Jugendliche und Protagonisten da auftreten. Und deswegen freue ich mich darüber eigentlich eher. Ja, dann sind wir ja auch ganz glücklich, dass wir Ihnen und dem Buch das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium geben durften und geben und freue mich sehr, wenn Sie uns jetzt ein bisschen was aus dem Roman vorlesen. Ja, dann sind wir ja auch ganz glücklich. Ja, dann sind wir ja auch ganz glücklich. Sind die für mich? Ich spiele mit und halte ihm die welken Blumen hin, die ich gerade eingesammelt habe. Na klar, für sie nur die schönsten. Er lacht wieder, muss dabei aber so doll wusten, dass sein Pergamentgesicht rosa anläuft. Igor blinzelt kurz, dann dreht er seinen Kopf zur anderen Seite und schläft weiter. Nicht sterben, wir haben gerade nichts Passendes frei. Mit Herrn Poch kann man solche Witze ruhig machen. Ach was, er winkt ab. Ich quetsche mich schon irgendwo dazwischen. Ich komme ein bisschen näher und beuge mich über Igors Korb. Sein Fell ist an manchen Stellen schon ganz löchrig, an anderen stumpf. Und was wird dann aus dem? Na, den überlebe ich aber mindestens. Igor der Dritte heißt Igor der Dritte, weil es schon der dritte Kater ist, den Herr Poch Igor genannt hat. Und alle sind steinalt geworden. Igor der Zweite war angeblich 26, als er gestorben ist. Wieso denn alle Igor, habe ich gefragt, als Herr Poch mir seinen Kater zum ersten Mal vorgestellt hat. Zu den Kindern sind sie nett gewesen, hat er gesagt. Er war acht, als die Russen nach der Minen gekommen sind. Mehr hat er nicht erzählt, aber von Frau Ratzloh weiß ich, dass seine Mutter damals auch mit ihm im Wasser gestanden haben soll. Die wollte sich ertränken. Aber im letzten Augenblick ist ein junger russischer Soldat gekommen und hat sie wieder rausgeholt. Der hat Herrn Poch das Leben gerettet. Na, ich will hier mal keine Wurzeln schlagen, sagt er jetzt, lacht und hebt noch einmal seine Mütze. Dann ruckelt er davon. Ja, vielen Dank für den kleinen Eindruck. Ich glaube, ein kleiner Eindruck ist ein guter Appetithappen und Lust auf das ganze Buch zu machen. Und deshalb an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, das Buch auch zu lesen, wer es noch nicht kennt. Und Ihnen vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Weitere Informationen finden Sie übrigens auf den Websites des Deutschen Literaturfonds und des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. Dankeschön. ading